Hallo Leute, Willkommen zurück zu Terraria mit mir und dem Zombey. Zombey! 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 Ohohoho! Eigentlich hab ich auf uns hin. Ähm, wir haben übrigens dieses Haus gebaut in diesem kleinen Schnitt. Du. Ich. Er stand da und ist gestorben. Nein, er ist nicht gestorben. Fast. Wir haben auch keine Grabsteine abgebaut oder so. Ne, ne. Ja, hui. Haben wir unseren Spawn hier oben hin versetzt, falls wir sterben sollten. Warum nehmt ihr diese Scheißtrinke nicht? Vielleicht hast du das Menü offen, vielleicht hast du den Cooldown noch an. Nein, wie lange hält der denn bitte? Steht doch links dann da, 60 Sekunden. Wo links? Ah, jetzt geht's wieder. Ich versteh's nicht. Ach, da! 60 Sekunden Cooldown. Mhm. Eine Minute! Ja, danke. Für diese wertvolle Information. Bitte sehr. Ey, Alter, das brauchen wir noch nicht. Kannst du mich mal retten? Aber es musste sein, warte. Da, geil. Ah! Fette China-Lampe. Hey, sag mal nix gegen mein Land. So, auf hier nach unten. Ah! Ja! Oh Gott, hier sind zwei so Schluchten nebeneinander. Ist ja widerlich. Mein Gott! Wie gefährlich das hier ist. Warte, bei dir ist so ne Schattenkugel, die mach mal kaputt. Rein, da links, in das Loch rein. Warte. Ja, Aschbombe! Ins Loch rein, ja! Hier ist ein bisschen Wasser. So, ich hab fünf Dynamit dabei. Ich würd sagen, wir werden das genau hier unten rein. Einfach um maximale Sprengung zu erreichen. Bam! Sind wir drin, sind wir drin oder ist jetzt wieder ein Block im Weg? Oh! Oh! Hahaha! Richtig geil! Voll am bobben. So, ist noch mal eins. Wer denn jetzt ist wieder noch ein so... Warte... Gut, jetzt kommen wir da hin. Möchtest du es wegkammern? Ja, warte. Eine Lichtkugel! Äh... Toll, ohne Mana? Oder... 40 Mana braucht die, glaub ich. So, ja, noch besser. Und leuchtet kaum. Aber... Jetzt kommt kein Gegner, ne? Erst bei der dritten. Erst bei der dritten, ja. Wir haben aber noch, äh... Drei Dynamit. Ich vernichte dich. Und hier wäre eine sehr relativ nahe gelegen. Also ich könnte sie schon holen. Dann mach. Äh... Ja, ich töte gerade noch irgendwas. Und leuchte hier noch aus, damit ich gleich hoch finde. Ich mein, wenn der Boss jetzt hier kommt, während die hier unten ist, ist ja auch nicht so toll. Äh... Und rüberwerfen! Aha. Tipptopp! Hui! Super! Oh oh. Perfekt. Soll ich aufschlagen? Ja. Oh oh. Sternenkraft waren glücklich. Bitte... Was hab ich gefunden? Ach so, ein Mana-Ding. Mit Mana um 20 Punkte. Yay! LOL! Und Mana-Ding-Generation ist angehoben. Da ist übrigens der Boss. Ah! Merk ich. Tut gut. Ich würde übrigens versuchen nicht in ihm drin zu hängen. Ja. Sondern hier, wie... Hier auf diese gerade Ebene hoch gehen. Ja. Ja gut, ich helfe dir schon. Alter! Ich bin ganz lustig bei dem Boss. Der soll ich mal versuchen ihn mit dem Dynamit zu treffen, wenn er so auf der Stelle klebt. Okay, ich leg mal hier den Dynamit hin. Ja. Oh, nein. Erwin. BAM! LOL! Okay. Ich bin tot. Ja. Geil. Aber ja. Ey, Leute. Was soll ich denn dagegen machen? Dagegen kann ich mir nicht wehren. Okay, dann wehre ich mich dagegen. Mach das. Jetzt musst du wieder runterkommen. Bin dabei. So. Und da bin ich auch schon. Hallo. Hallo. Gutein Tag. Ich geh mal runter und tor mein Money. Ach, jetzt scheiß ich, ob dein Geld töten denn der Boss? Haben wir Bomben oder sowas dabei? Dämonit R3. Warum auch immer. Ja, weil der Boss teile immer jedes einzelne Teil von dem Boss verdient. Alter, wie lang ist denn der Boss noch? Der ist ja noch 10.000 km lang. Alter, bleib doch bitte nicht immer in mir stehen. Ich hätte gerne Luft. Ach, ich brauch keine Luft. Ich bin eh tot. Ich bin eh tot. Ich bin auch tot. Stirr einfach nach mir. Geil. Richtig geil. Ich glaub, es kommt aber ne Meldung, wenn er sich verziehen sollte. Noch schwirbt er ja hier rum. So. Ich lebe wieder im Gebiet. Spring runter. Ne, komm doch hier hoch. Achso. Lol. Oh. Das war schon ganz schön klein ey. Ich glaub, die andere Elfter hat sich verzogen, weil wir trocken. Nein, da ist die andere Elfter. Guck. Alter, ich bin nicht wieder tot. Ja. Der ist echt übel. Wir sind halt nicht umsonst Bosse, ne? Ja, stimmt. Steh durch unser Haus durch. Hey. Verklag den. Hausfriedensbruch. Hahaha. Ich zeig dich an. Ey, was geht denn mit dem ab? Haben wir Shurikens? Ja, ich will Shurikens werfen. Wow. Alter, ich will nicht sterben. Nein. Mein Gold. Ah, mein Geld. Ja. Ich werfe dir jetzt einfach ein paar Shurikens durch den Körper durch. Ich treffe ja jedes einzelnen Teil da. Oh oh. Oh ja. Genau wenn ich spawnen, kommt der da durchgerast. Wie so ein D-Zug. Los. Komm. Renn zu mir. Ja. Achso, der kommt gleich mal unten. Oh. Shurikens. Halbes Herz. Halbes Herz. Oh. Hab mehr. Halt rank. Heil. Sterbt. Ich existiere wieder. Ja. Hast du noch Shurikens? Äh, ja. Ein paar. Weil der ist auch sehr gut mit Shurikens zu bekämpfen. Wie du siehst. Vielleicht. Hätten wir sogar vielleicht schon am Anfang annehmen sollen. Egal wir haben schon so viel Zeug von dem bekommen. Selbst wenn er sich jetzt verpissen sollte. Hat sich's gelohnt? Ja. Von diesem Zeitpunkt an können wir nur stärker werden. Haha. Komm zu mir. Wie viele sind denn das? Vier, fünf? Ja mittlerweile, ne? Ja. Früher hat irgendwann das letzte Teil in der Rüstungszeit verloren. Das war noch geil. Jetzt verliert er nur noch voll. What the fuck? Es ist, es kommt zwar sauviele, aber er verliert so viele Herzen, dass ich die ganze Zeit voll das Leben hab. Ja. Toll. Und ich nicht. Oh. Ich glaub ich hab seinen letzten Teil gerade getroffen. Nein, okay. Es sind noch drei Teile. Hallo, ich lebe wieder. Guten Tag. So, wo ist er denn? Da ist er. Okay, das war ein Stück. Da ist noch eins. Ja. Dann zieh dich einfach. Ha, ich hab ihn nach unten getroffen. Was will der denn jetzt? Nein! Boah! Ich hab, ich hab ein, ich hab ein weiteres Teil abgeschlagen. Ja! Winner, winner! Äh. Ne, ich glaube nicht. Warte. Ich guck gleich. Lass erst mal nach unten gehen. Okay. Shurikens! Ja! Ich hab noch ein Dynamit. Wir können noch versuchen, eine... Nein, ich hab noch zwei Dynamit. Wir können noch versuchen, ein Loch zu entleeren. Bah! Eine Lochreinigung durchführen. Eine Damenspiegelung, bitte. Ja, tut mir leid. Ich muss mir mitteilen, sie haben Würmer. Kriegen das nicht normalerweise nur Hunde? Genau, Hunde. Kriegen das nicht normalerweise nur Hunde? Uh. Die Helmestiefel. Hey Eisenbahn Und Haltrinkel Ja, wollen wir jetzt unser Dynamit dafür verwenden? Ja, klar Ja, ja, wir können uns halt auch die Splitsack jetzt zweimal bauen, gell? Ey Ich bin zu unfähig Kein Problem Hast du ja mich dabei, ich bin fähig für uns beide Du bist ein Noob Danke Ja Geht doch Muskete Schrecklich, oh Gott, ich hab ne graue Muskete gefunden Ich glaub, die ist schlechter Minus 13 Schaden Minus 10% Projektiltempo Und Minus 10% Rückschuss, ja geil Boah, ich laufe gleich Amok What the fuck, ey Ich glaub, man kann die Items aber irgendwie rerollen lassen bei irgendwem Ja, kann man, glaub ich Wir brauchen mehr Räume, um spawnen So Ey, Leute Ihr seht's ja, ne? Was machst du denn? Ich komm, ja, ich brauch mal Stiefel oder so, oh Wie soll ich hier wegkommen? Oh, fuck Ach Papi kommt schon und hilft Hier Eine kleine Plattform Stimmt Gibt's ja auch noch Da noch ne kleine Plattform für dich Und hier Ich brauch deine Almosen nicht Tschüss Schaffst du schon, mein Kleiner Weißt du, wie schwer das da gerade war? Ich bin doch selber hochgeklettert Ja, aber du hast deine schwulen Stiefel Oh Okay Das war so schwer, ey Ne, du bleibst raus, du warst, du warst böse So, dann gucken wir mal eben, was wir bekommen haben Muskete Ja, hast du schon Feuer Also ich hab ganz Ich hab so viel Schattenschuppen bekommen 33 hab ich 7 Ja, damit Lichtkugel verwendet Wir schaffen magische Kugel Wieso verkrafte ich eigentlich diese Items, die wir brauchen, um Wurmflöder zu machen? Ach, ich will schon ein paar weiter Schattenkugeln Yeah, da kriegst du auch noch Yeah Voll am Block Eicheln, geil Wirf mir deine Eicheln zu Timoniterz Total viel Yay, wir haben alles wieder getötet Und jetzt zeig ich dir den vollen coolen Trick Boah Hast du, kannst du deinen Spiegel benutzen? Ja Dann benutzen jetzt Hä? Ja Weil ich hab ein Stück aus der Hauptwand rausgeschmissen Deswegen zählt es nicht mehr als Haus Und deswegen bringt uns der Spiegel auch nicht mehr zu dem Haus im Cool Ja Und dann kann man das Haus immer jederzeit reparieren Und dann ist es wieder als Haus Oder wir setzen auf unseren Spawn jetzt wieder vorerst hierhin Wie lustig sind Kann man auch zu zweit arbeiten Halt, dass einer sich dann wieder zum Spawn zurückbringt Und dann repariert das danach und dann kommt er wieder her Ja Man muss eigentlich auch nur das Spiel austricksen So Äh, ich baue uns nochmal ganz viel von dem Mongo Zeug Ja Aber erst mal Lass mal das hier wieder mitnehmen Und die hier Da hin So Nehme ich mir mal was davon mit Und dann zeige ich euch mal was man sonst so in dem Spiel machen kann Erklärst du jetzt das Spiel? Ja Okay Ich bin am Brauch Ich baue uns zwei Spitzhacken, ja? Ja Und Und Zwar So Äh Mh Okay Ähm Sag Warte mal 15 20 Das lohnt sich am meisten Oder? Ne Der Helm lohnt sich am meisten Hey Mongo Komm her Ja Hab ihr Geschenk für dich? Ne Ich muss noch was erledigen Will Verreckt meine Fische Hui Verreckt meine Fische Hui Von welchem Geld machst du das? Von meinem Okay Ja Ich hab hier nur noch ein Alte Boah Ne ich will nichts von dir Ich will keine Almosen Nicht? Willst du nicht haben? Ne Warte Warte Nein Damals war das viel cooler man Da hab ich einfach Zehn Dynamite in ein Loch reingeworfen Und drei meiner Freunde getötet Das waren Das waren noch gute Zeiten in dem Spiel Ja Oh Oh Äh Jetzt können wir alles abbauen Was wir so weit kennen Hellenstein Hier schenke ich dir Oh warte Ähm Und hier ist dein Helm Oh Was ist jetzt mit dir los Wie Du hast dich gerade extrem komisch angehört Das war nicht meine Absicht Hier Ja Dann krieg ich den alten Müll Geil Hahaha Du hast nichts anderes verdient Du Dreck Schau Da kauf ich ihn Und äh Weißt du was geil ist Soweit ich weiß Hab ich so Also in dem Moment wo ich das Spiel zum ersten Mal gezockt hatte Die Rüstung bekommen die ich jetzt gerade habe Also den Helm Davon die ganze Rüstung Ja Hallo hier ist das Spiel Nimm mal die Rüstung Hahaha Also Leute Wenn ihr das mal spielen wollt Dann Spielt es mit Leuten die äh Von vorne anfangen Guck mal meine neue Axt Hey Hey du hast dafür den Helm Beschwer dich nicht Ich Ich werde dir gleich TNT zünden Okay Ich hatte eine Holzachse Also bitte Ich brauch da was Neues Die Muskete verkaufe ich einfach mal Weil die nichts kann Hm Den Rest Leg ich mal da rein Haben wir Sand 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 Und Sand kann man beim Ofen Kann man beim Ofen in Glas verwandeln Ich bewerf dich mal mit Dreck Hier Zack Danke Du kannst es auch gerne in die Kiste da oben tun Nene Hahaha So ein bisschen Glas Hui Und mit Glas kann man bei der Werkbank Gäser machen Und ein Bierkrug Aber wir wollen glaube ich Gläser gerade Und die Gläser kann man einfach hier hin platzieren Zack Voll gechillt Haha Hahaha Das braucht man für Alchemie Lassisch Und was man noch mit den Gläsern machen kann Lalalalala Ich bräuchte übrigens gerade das Wasser hier rechts Was du freundlicherweise weggespült hast Wer kann der kann Ach ist hier noch da Machen wir uns zwei Wasserflaschen Und mit der Wasserflasche und in Kombination mit den Goldfischen kann ich das Spiel abstürzen lassen Ich Ernsthaft Nein Aber dann kann ich mir halt so ein Goldfischglas machen Ich hab's dir geglaubt Ha! Du hast mal den Dreck aufgekommen Haha Hiiii Oh Gott wie schlimm Wie schrecklich Oh nein So Holzklappe Hallo ich werde weiter scrollen Obwohl ist glaube ich ein bisschen zu wenig Und Holz Ich hab jetzt Angst dass der Spiel abstürzt wenn ich den ausrüste Dann warte einfach eben Mach gleich Äh deine Aufnahme ist sowieso schon wieder vorbei Ja eben Moment So Leute Wir hören jetzt hier auf mit dem Part Ich werde mich jetzt eben noch ran machen und hier eine Art Brücke bauen Damit wir da schneller rüber kommen Äh schaut nach oben für die nächste Episode Die vorherige Episode oder halt die Playlist Wir sehen uns dann beim nächsten Part Tschüss Sag Tschüss Tschüss Tschüss